Es geht weiter beim Flughafenfeuerwehrmanager. Äh, Simulator, sorry. Ah, ich darf wieder den Großen fahren. Den Großen Pantock. Aber ganz wichtig, meine Energie ist schon wieder ganz weit unten. Ja, die Sannis kommen gerade mal aus der Koje. Den Schönheitsschlaf gemacht. Schlafen bringt übrigens gar nichts, wie ich gerade festgestellt habe, was die Energie angeht. Man kann sich hier wirklich nur durch Kaffee gesund saufen. Das merke ich mir dann auch. Schön, dass ich in Folge 24 endlich mitkriege. Das Schlafen keine Auswirkungen auf den Gesundheitsverhalten hat. Komme ich zuerst. Ihr könnt euch frischen Kaffee kochen. Ich möchte erst mal die alte, abgelatschte Brühe haben. Und noch schnell Energy drink ziehen. Bringt auch nichts. Ach, das war das schön, als ich mit dem Glorian 1 hatte. Ich weiß nicht, wie sie weit laufen. Oh, angeeckt. Ich glaube, das größte Problem, was ich gerade gemerkt habe, ist, wenn ich renne. Das geht auf die Gesundheit. Oh, lass mich doch... Alter, ich will dich rasieren. So, neuen Tag. Ja, ich will mich jetzt hier im Kopf von Kragen. Er sitzt auch schon seit Wochen vor seiner Filter. Irgendwann hat Kaffee auch keinen Effekt mehr. Ja, unter diesen Umständen... Warte mal, wir möchten das Auto sauber. Das ist ja deprimierend. Ich bin schon wieder. Ja, das ist ja... Also, ich bin schon wieder gott. Das ist ja... Ich bin schon wieder. Ja, ich bin schon wieder. der hat bei dem baum hingestellt die Florian 11 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Wir sind eigentlich viel zu weit weg. Wir sind eigentlich viel zu weit weg. Das geht schon wieder los, ich kann wieder voll drauf halten, muss das jetzt gar nicht. Kleine Flämmchen da erstmal raus machen. Die lassen sich doch wieder komplett alleine hier. Oh, ich hab die besten Kollegen in der Welt. Ja, sehr schön. Das war doch mal machbar. Hoffentlich dieses Mal kein Verstoß gegen das Wegerecht. Jedes Mal 50 Punkte Abzug, das geht mir echt auf den Keg. Immer das gleiche mit der Bande. Oh, ich könnte mal Wasser nachtanken, das wäre von Vorteil. Was haben wir noch zu einem Drittel gefüllt? Ich geh immer fast davon aus, selbst wenn ich die komplette Schicht durchfahren würde. Mein Benzin würde nämlich ausgehen. Oh, du halt doch an. So. 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 die Tür öffnen. Ja, da war es schon. Komm, haltet mich im Automaten hier im Mollapopal. Essen. Na, alles klar. Essen kann ich hier anscheinend ohne Ende. Na, Fit? Na, Fit? Ringst du auf mit dem Kaffee? Hallo. Hallo. Da haben wir noch einen kurzen Punkt. Ja, aber das ist kein Problem. Hat der gar keine Ahnung? Morgen. Morgen? Oh ja. Zeit für Feierabend. Ja, außer mir glaubt, wenn das jetzt noch in den Einsatz kommt. Ich nehme da noch ein Kaffee rein. Ja. Morgen. Kriegst du auch für Kaffee? Hallo. Guten Morgen. Ja. Gut, eine sehr unspektive folgende Folge, ganz mit genauer Punkt, da habe ich geschafft. Ach, das muss man gerade nach hinten. Schaut einfach in der nächsten Folge rein, vielleicht wird es da mitwander, das war wirklich todlangweilig. Bis demnächst, ciao. Musik 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 Musik